Herzlich willkommen bei CoinWelt. Heute zeige ich euch wie man einfach und schnell Bitcoins kaufen kann. Dazu klicken wir von unserer Homepage auf das Symbol Bitcoin kaufen und werden weitergeleitet zu Bitcoin direkt. Klicken wir auf registrieren und geben unsere E-Mail Adresse ein. Dann versehen wir das zusätzlich mit einem Passwort und wiederholen dieses und klicken auf registrieren. Wir werden weitergeleitet und bekommen eine Bestätigungs E-Mail an unser Postfach. Das habe ich jetzt schon etwas vorgespult und klicken nur noch auf den Link, den wir von Bitcoin direkt bekommen haben. Wir kommen zur SMS Verifikation. Dazu müssen wir unsere Handynummer eingeben und bekommen per SMS einen Überprüfungscode zugeschickt, damit wir bestätigen können, dass wir auch wirklich diesen Account nutzen. Wir können anschließend SMS versenden und geben unseren Überprüfungscode ein und bestätigen diesen. Müssen wir noch unsere E-Bahn eingeben, unsere Kontodaten. Unter E-Bahn Nummer gebe ich jetzt einfach mal Punkt, Punkt, Punkt ein. Da ist es bei jedem individuell und klicken auf weiter. Bei mir ist die E-Bahn schon bestätigt. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man sich von Bitcoin direkt einen Centbetrag auf sein Konto überweisen lässt. Der mit einem Beschädigungs-Code versehen ist und diesen dann anschließend, wenn man die Überweisung erhalten hat, auf der Homepage Bitcoin direkt nachträglich eingibt. Aber es gibt auch eine Echtzeit-Methode. Da klickt man auf hier unten rechts auf diesen Support-Teil. Da könnte man via einem kurzen Skype-Interviews seine Bankkarte vorzeigen und bestätigt somit sofort seinen Account. Oben rechts gibt es die Option Bitcoins kaufen oder verkaufen. Wenn wir 10 Euro eingeben, wird das automatisch umgerechnet. Wenn wir Bitcoins verkaufen möchten, geben wir den Euro bezahlern und wird automatisch in Bitcoin umgewandelt. Aber wir möchten ja Bitcoins kaufen, deswegen nehmen wir mal als Beispiel 10 Euro zum Kauf von Bitcoin. Klicken anschließend auf Kaufen. Nun werden wir weitergeleitet. Hier gibt es die Option mit Bitcoins kaufen. Zuerst müssen wir unsere Wallet-Adresse angeben. Wie wir diese anlegen, haben wir in einem schriftlichen Tutorial festgelegt. Dazu gebe ich jetzt meine Wallet-Adresse ein und wähle noch meine Zahlungs-Methode aus. Es gibt sechs Methoden und an der Seite hier sieht man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Anschließend klickt man auf Kaufen und hat somit einfach und schnell Bitcoins erworben.